Saturday Night, Poker Night und damit eine wunderschöne liebe Zockermeinschaft zu einer neuen Folge von Poker Night. Das ist nicht der freaking Da Vinci Code. Okay, Claptrap will es wieder wissen. Den ziehen wir jetzt richtig ab und diesmal werden wir auch gewinnen. Mal gucken. So, wir callen mal. So, wir haben eine Queen und eine 7. Da bin ich mal gespannt, was haben wir in der Mitte. Yes! Das sieht doch schon mal gut aus. Ah, haha. What? Ich auch. Hallo, bei den Karten? Ich habe einen Doppelqueen. Nein. Moment, vielleicht hat er... Vielleicht hat er eine Triple Eight. Oh. Okay. Das ist strange. Okay. Komm. Noch ein Karo. Ja! Ich habe total gewonnen. Ja, haha. Der Spieler hat zwei Paar. Ashley hat zwei Paar. Sam hat zwei Paar. Der Spieler gewinnt mit den höheren Paaren. Ash hat aus dem Tournament getrunken. Auch. Wendy is gonna kill me. Well, not literally. At least I hope not. I don't really have a good track record on that front. Das war mal schnell. Nice. Ja, haha. Zwei in der ersten Runde. Du bist selbst, Sam. Ich habe ein paar hundert Euro gemacht, um die Biergutters zu verleihen. Wee! So. Zwei sind schon mal weg. Haha. Läuft. Das, das läuft richtig. Haha. Nice. Ich hatte das wütendste Traum letzte Nacht. Hat das Charles Manson, Rito Moreno und ein Duck? Nein. Und es war nicht das wütendste Traum. Äh? Warum, warum geht der jetzt mit 2000 mit? Na komm. Wir haben's. Wir haben's. Gib uns mal was richtig Gutes jetzt. Ass und ne Seven. Komm. Ah. Willkommen zur Party, Kid. Ich gehe. Okay. Vielleicht habe ich ja Glück und... Ja, okay. Ich bin raus. Na komm. Mal gucken, was die sagen. Ich bin sicher, ob diese Hand interessant oder dumm. Check. Er auch? Ja. Ich hab gewonnen. So. Du callst. Na, dann hau mal. Ja. Ich hab wieder gewonnen. Na. Läuft. Ich zieh die heute richtig ab. Das ist richtig geil. Jetzt... Das... Das läuft richtig. Ich... Ich bin begeistert. Ich calle. Ich fühle glücklich. Was für dich, Punk? Ich werde checken. Dann check mal. So, was haben wir? Das sind schon mal vier. Wir brauchen noch ein Ass. Ich brauche noch ein Ass. Ich, äh... bette. Ah, willkommen zur Party, kid. Ich kenne. Komm, gib mir noch ein Ass. Und ich bin drin. Ich bin denn sowas von drin. Nee! CO4PTP ist soo much more than a mere Helfer. Wir sind Kampanien, Guides, Teacher, Kameraden und Arme. Lass mich gefragt. Ich kann das auch tun, siehst du? Woah! Ich habe mir tatsächlich meine Bar-Mitzpah da. Bins und Ah! Check. Ach komm. Impressiv. Natürlich, warum nicht? Ich kenne das. Und? Ich habe... leider nur vier. Mr. Trapp hat... King High. Mr. Samson hat... A pair of Sevens. And the player has... Ace High. Brock wins the hand. Schade. Das hätte was werden können. Das hätte echt was werden können. Aber schal, schal Schokolade. Da hätte uns wirklich ein, äh... Ass gefehlt. Oder hier... Wie heißt das? Ass? Wie heißt denn das? Ass. Ja, ein Ass hätte uns gefehlt. Die Peak! Das heißt ja Peak, ja. Äh... Ich... Race. Oh! Mist! Äh... Das... Das war jetzt, äh... Ungeplant. Mist. Okay, ich calle. Ich habe das Geld. Mal gucken, was wir hier haben. Eigentlich Bullshit. Mit uns fehlen noch... Ich checke. Wow! Ein Check! Ich werde die Medien alerten. Ich bin süß. Wenn du es so einfach machen möchtest... Ich werde auch noch checken. Okay. Dann hat er auch nix. Das ist auch schon wieder scheiße. Nix. Try not to pee in your pants over this bed. It's und dignified. 5.000? Ja, ich habe eigentlich nix. Äh... Ich bin weg. Rock stiehlt den Pott. Bin ich in einem Rollen oder... Sind die Leute wirklich an das? Was ist das? Ich glaube, das ist das, was die Kinder nennen. Dubstep. Oh, Jesus. Kannst du nicht etwas Zappo spielen oder was? Du solltest mit diesem Geräusch sein, Grandpa. Denn die Dub ist die einzige Musik, die überlebt den großen digitalen Eventhorizon von 2033. Boom! Great. Ein anderer Grund, um jung zu sterben. Ja, ne. Ich calle. Ich raste das. Was? Warum raste das? Da sind noch keine Karten auf dem Tisch. Hör auf mit dem Scheiß. Was muss ich denn machen? 5.000? Fick dich! Nicht mit den Karten. Nicht mit... Nicht mit den Karten. Okay. 6 zu 12. Queen und 2. Okay. Ich calle erstmal. Ja. Ja. Okay. Okay. Warte mal. 2. Mir fehlt noch eine 3. 4. 5. 6. Boah, ich brauche eine 3. Gib... Gib mir eine 3! Wenn ich jetzt eine 3 habe, dann habe ich eine Straße oder sowas. Hier. 2. 3. 4. 5. 6. Echt? Das ist eine 9. Äh... Ich gehe mal rein. So... Engel... Gib mir eine 3. Mist. Und jetzt? Der hat nichts. Wollen wir es versuchen? Wir haben eigentlich nix. Vielleicht hat der auch nichts. Der hat nix. Was? 1, 2, 3, 4. 5. Stimmt. Oh, warte. Das ist der beste. Das ist der beste. Ups. Ja, hätte ich da... Da sieht man echt, dass ich keine Ahnung vom Spiel habe. Ich habe mich auf die Zahlen fixiert. Aber ich habe einen Flush. Also hier, 5 mal Herz hatte ich. LOL. Wie ich mich auf die Zahlen fixiert habe und nicht auf das Herz. LOL. Egal. Das ist, äh... Alle checken. LOL. Was ist denn das für ein Bullshit? Ich gehe all in. Just like I was mit deiner Mutter letzte Nacht. So sieht es aus. Ne, ich bin weg. Der Spruch war gut. Der Spruch war richtig gut. Ja, alle seine Karten. Alle seine Chips. Boah, der Spruch, der war geil. Den muss ich mir merken. Der Spruch war mega. LOL. So, was haben wir? 5, 2 und ich habe eigentlich nichts. Na, komm, checken wir. Okay, er auch. Also haben die wieder nur Mist? Ah, gucken wir mal. Na, der hat auch nichts. Beide haben nichts. Ja. Ich bin dabei. Oh ja. Ihr seid dabei? Seid ihr sicher? Ihr werdet das verlieren. Mr. Funnychips hat ein Pair of Sevens. Der Spieler hat zwei Pair. Brock hat ein Pair of Sevens. Der Spieler gewinnt. Yeah. Ich habe einen Lauf. Das läuft richtig gut. Ich ziehe die beide ab. So, Claptrap. Wie war das am Anfang? Ich mache dich fertig, hörst du? Ich mache dich fertig. Ich mache dich fertig. So, was haben wir? Zwei Achten und ich habe eigentlich nichts. Ja, ich bin dabei. Eine 9. Ne, ich bin raus. Außer die checken. Okay. Der geht auch mit 7.400. Ne, ich bin auch weg. Ne, ich habe nichts. Das ist halt so. Komm, 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 komm. Gib mir gute Karten. Eine Queen und eine 7. Könnte was sein. Oh, der CL4PTP ist so viel mehr als ein solcher Helper. Wir sind Kampanien, Guides, Lehrer, Kameraden und Arme. Vergiss, was ich gefragt habe. Ich kann das auch tun, siehst du? Wow, ich habe mir die Bar-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix. Oh ja, ich habe jetzt, äh, ne, 7. Ich, äh, raisee mal. Mal richtig schön auf die Kakaun hier und, äh, Clap-Trap abziehen. Wir, wir, wir haben ja das Geld hier oben. Das, das, das gewinnen wir. Ich hab's im Urin. Ja, das, das gewinnen wir mit Doppel-7. Hm, let's go all in. Big mistake, Junior. Ja, großer Mistake. Ich raisee. Really? Ja. All in. Ich ziehe euch jetzt beide ab. Ja. Ich bin sowas von dabei. Ich, äh, calle. So, was habt ihr? Oh. Aber ich hab noch ne Queen dazu. Ich gewinne. Weil ich hab... Ja. Yep, genau das, so sieht's aus. Ja, wir haben gewonnen. Und wir haben auch... Was denn jetzt? Ah ja, wir haben das Banjo gewonnen von ihnen. Wow! Wie geil ist das denn? Borderlands 2. Wir können jetzt, äh... Haben jetzt so, so ein Dings für Borderlands 2 freigespielt. Zufälligerweise habe ich das Spiel. Und Team Fortress 2 haben wir den Sniper Samhead. Team Fortress hab ich auch. Nice! Also, ganz ehrlich, das war... Wir haben gewonnen. Wir haben unser erstes Tournament gewonnen. Ja! Und wie schnell vor allen Dingen. Nice. So, äh... Unlocks. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Wir haben 150 Tokens. Damit kann man jetzt einiges machen. Was, 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 was... Was nehme ich denn da? Borderlands. Sam & Mike's, äh... Mach ich mal. Ja. Nice! Guckt's euch an! Borderlands Tokens. Die sehen doch viel, 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 viel geiler aus. Dann holen wir uns das noch. Dann haben wir Borderlands, äh... Karten. Okay, ich weiß nicht. Das sieht schon... Gucken wir uns das mal an, in der nächsten Folge, wie die Karten aussehen. Und das andere, äh... Nehmen wir auch Borderlands. Statt dieser Spelunke. Mal gucken, wie es aussieht. Mit, äh, Dahl Industries. Tja. Haben noch 30 Tokens. Wir haben, äh, gut eingekauft. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt aussieht. Aber... Das, äh, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt... Saturday Night. Poker Night. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch schneiden, ne? Tja, tja.